Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 2044. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wir stehen kurz vor der Eröffnung. In wenigen Tagen werden die letzten Arbeiten abgeschlossen sein. Wir stehen kurz vor der Eröffnung. In wenigen Tagen werden die letzten Arbeiten abgeschlossen sein. Wir stehen kurz vor der Eröffnung. In wenigen Tagen werden die letzten Arbeiten abgeschlossen sein. Der Mantel ist ein Sonderangebot. Steht er mir? Soll ich ihn nehmen? Der Mantel ist ein Sonderangebot. Steht er mir? Soll ich ihn nehmen? Der Mantel ist ein Sonderangebot. Steht er mir? Soll ich ihn nehmen? Trotz der heutigen Technik trage ich meine Termine in einen klassischen Terminkalender ein. Trotz der heutigen Technik trage ich meine Termine in einen klassischen Terminkalender ein. Ich benutze das Kochbuch meiner Großmutter zum Kochen. Ich benutze das Kochbuch meiner Großmutter zum Kochen. Sie hat 500 Rezepte gesammelt. Ich benutze das Kochbuch meiner Großmutter zum Kochen. Sie hat 500 Rezepte gesammelt. In dieser schwierigen Situation brauche ich Hilfe. Ich hoffe, dass sich alles zum Guten wendet. Ich bin so froh, dass es geklappt hat. Ich bin so froh, dass es geklappt hat. Jetzt habe ich meinen Traumjob. Störe mich jetzt nicht. Ich muss konzentriert arbeiten. Störe mich jetzt nicht. Ich muss konzentriert arbeiten. Hast du außer Käse und Weintrauben noch etwas anderes gekauft? Hast du außer Käse und Weintrauben noch etwas anderes gekauft? Hast du außer Käse und Weintrauben noch etwas anderes gekauft? Ich muss im Haushalt mithelfen. Heute muss ich staubsaugen. Ich muss im Haushalt mithelfen. Heute muss ich staubsaugen. Heute werde ich 14 Jahre alt. Ich werde bald erwachsen sein. Heute werde ich 14 Jahre alt. Ich werde bald erwachsen sein. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Die Jungvermählten halten einen Hochzeitsstrauß mit einer Sonnenblume und sehen sich an. Die Jungvermählten halten einen Hochzeitsstrauß mit einer Sonnenblume und sehen sich an. Wenn ich mich genau auf diesen Punkt konzentriere, dann schaffe ich ein außergewöhnliches Ergebnis. Wenn ich mich genau auf diesen Punkt konzentriere, dann schaffe ich ein außergewöhnliches Ergebnis. Wenn ich mich genau auf diesen Punkt konzentriere, dann schaffe ich ein außergewöhnliches Ergebnis. Das finde ich lustig. Du kannst das an Susanne weiterleiten. Sie wird sich darüber freuen. Das finde ich lustig. Du kannst das an Susanne weiterleiten. Sie wird sich darüber freuen. Bitte mach ein Foto von uns beiden. Dann schicken wir es an Oma. Bitte mach ein Foto von uns beiden. Dann schicken wir es an Oma. Ich mache das Fenster auf, dadurch gelangt mehr Frischluft in den Raum. Meine Frau und ich unterzeichnen den Kaufvertrag des Hauses beim Notar. Meine Frau und ich unterzeichnen den Kaufvertrag des Hauses beim Notar. Meine Frau und ich unterzeichnen den Kaufvertrag des Hauses beim Notar. Wir haben uns so angestrengt. Warum haben wir schon wieder verloren? Wir haben uns so angestrengt. Warum haben wir schon wieder verloren? Ich weiß, dass ich den Vertrag fristgerecht kündigen muss. Ich habe sogar eine Kündigung per Einschreiben geschickt. Ich habe sogar eine Kündigung per Einschreiben geschickt. Vier Männer machen eine mehrtägige Bergwanderung. Alle tragen große Rucksäcke. Vier Männer machen eine mehrtägige Bergwanderung. Alle tragen große Rucksäcke. Im Tonstudio höre ich zum ersten Mal die Musik, die der Komponist für mich ausgesucht hat. Durch die tägliche Recherche im Internet bilde ich mich weiter und kann auch als älterer Mensch mit den jungen Kollegen mithalten. Heute ist mein Scheidungstermin im Amtsgericht meiner Stadt. Heute ist mein Scheidungstermin im Amtsgericht meiner Stadt. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Das ist mein Scheidungstermin im Amtsgericht. Das ist mein Scheidungstermin im Amtsgericht. Das ist mein Scheidungstermin im Amtsgericht. Das ist mein Scheidungstermin im Amtsgericht.